Hey und herzlich willkommen zu einer kurzen Minecraft Breaking News Ausgabe aus aktuellem Anlass, denn Mojang hat nun ausführlich ein Feature gezeigt, welches in der Version 1.8 vorkommen wird und dieses ist richtig cool gemacht. Die völlige Kontrolle über den World Generator, diese wird uns Mojang ermöglichen. Am 22.04.2014 wurde auf dem YouTube-Kanal von Mojang, Team Mojang, so heißt dieser, ein Video geuploadet, welches dieses neue Feature ausführlich zeigt. So war es ja bisher schon möglich, zumindest die super Flat Maps in Minecraft benutzerdefiniert einzustellen, aber in der Version 1.8 werden wir die Möglichkeit haben, auf drei Seiten und mithilfe von 16 Schieberegeln die verschiedensten Einstellungen zu treffen. So wird es uns möglich sein, die Höhe des Meeresspiegels zu verändern, anzugeben, wie hoch Berge sein sollen oder wie oft wir Dungeons im Untergrund finden werden und vieles, vieles, vieles mehr. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir euch leider hier nicht das vollständige Video von Mojang einblenden, deshalb findet ihr einen Link dazu in der Videobeschreibung, wo ihr euch das Ganze einmal ansehen könnt. Aber auch an diejenigen, die sich nicht ganz so ausführlich mit dem System befassen wollen, wurde gedacht. So gibt es ein ganzes Sets an Presets, als zum Beispiel eine Map, die nur aus Wasser besteht oder ein Preset, welches uns fliegende Inseln ermöglicht. Was haltet ihr von diesem geplanten Feature von Mojang? Schreibt uns das doch einfach mal unten in die Kommentare. Ansonsten war es das mit dieser kurzen Breaking News Ausgabe der Minecraft News. Rechts verlinkt findet ihr die letzte, etwas ausführlichere Episode der Minecraft News und direkt darunter unserer Snapshot-Vorstellung zum letzten Snapshot 14w11a. Ich bedanke mich für's Zuschauen und weitere Infos bekommt ihr auf Twitter, Facebook, Google+, Instagram und natürlich unsere Website www.meiner.s007.de. Jetzt aber tschüss und bis dahin.